Wir werden definitiv nicht der Favorit sein. Das ist schon mal klar. Wir werden nach München fahren mit vielen Spielern aus der U23 und auch mit Jan Bissig aus der U19. Wie gesagt, abschenken, das dürfen wir auf gar keinen Fall. Wir müssen versuchen, alles rauszuhauen mit den Jungs, die wir da haben. Und das Ding auch versuchen, positiv anzunehmen. Also wenn wir da jetzt schon Angst haben wie so eine kleine Maus vor einer großen Schlange, dann wirst du definitiv verlieren. Da steht fest. Wir haben ein paar Ausfälle zu beklagen, die jetzt noch dazugekommen sind. Gourassi wird ausfallen. Der hat Probleme mit seinem großen Zeh, eine Entzündung unterm Nagel. Dann haben wir mit Osako einen Spieler, der eine Lungenentzündung hat. Die hat er sich eingefangen. Rückflug Belgrad, hohes Fieber. Wird auch längere Zeit ausfallen. Ich hoffe, dass es nicht so lange wird, aber ich glaube, den werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Und auch selbst der Januar wird schwierig werden. Wir müssen Rausch rausnehmen. Rausch hat sich völlig verausgabt. Dem tut alles weh. Der kann sich kaum noch bewegen. Konnte heute nur so teilweise mittrainieren. Würde uns auch wegbrechen. Und ganz schön. fur oder so. Die